Sie arbeiten im Hintergrund und hocheffektiv. Schlaue Jungs haben Leute überall auf der Welt. Doping-Dealer und ihre weltweiten Netzwerke. Ihr Risiko? Sehr gering. Absahnen und abtauchen. Wir haben einen Geist erjagt. Sie profitieren vom Körperkult. Ihretwegen gibt es falsche Sieger und kranke Menschen. Die produzieren Millionen von Pillen und Fläschchen. Dealer, die Hintermänner des Dopings. Ab Freitag in der ARD-Mediathek.